Schon wieder ein Sprint verloren. Sind wir ganz ehrlich? Ich werde kein guter Sprinter mehr. Schon am Ortschild Sprint ziehe ich meistens den kürzeren und gegen einen echten Top-Sprinter. Hör mir auf, da hätte ich sowieso niemals eine Chance. Es sei denn, mit einer richtig großen Mannschaft und einem richtig guten Sprintzug. Und wisst ihr was? Mir ist zu Ohren gekommen, dass mir genau diese Voraussetzungen bei der André-Greipel-Sprint-School geschaffen worden sind. Wir haben einen echten Top-Sprinter als Gegner, André Greipel. Wir haben eine Riesen-Mannschaft, euch. Und ich bin heiß wie Frittenfett. Ich würde sagen, es ist angerichtet. Wir gegen André Greipel. Ja, und als Sprinter ist der gute André natürlich auch kompetitiv genug, um uns direkt zu sich nach Hause in seinen Trainingskeller einzuladen. Und ja, live und in Farbe mit ihm zusammen das Sprint-Workout genießen zu können. André, was steht heute auf dem Programm? Ja, ob du das genießen wirst, das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Aber das werden wir auf jeden Fall sehen. Also letzte Woche war es auf jeden Fall sehr, sehr anstrengend. Und heute ist nur die Hälfte der Sprints. Insofern kann es für dich besser laufen. Ja, da bin ich nochmal gespannt. Wie wird es genau ablaufen? Wir fahren insgesamt vier Runden heute. Und ja, du machst das Lead-Out für uns. Und im letzten Sprint habe ich gehört, dann holst du nochmal die schnellen Beine richtig raus. Genau, dann probiere ich nochmal selbst zu sprinten. Auch weil ich es letzte Woche nicht geschafft habe. Vielleicht schaffe ich es diese Woche, die Bestzeit zu holen. Aber es wird dann schwierig, nach 35, 40 Minuten dann schon einigen Sprints in den Beinen dann noch den besten Sprint zu fahren. ist immer schwierig. Gucken wir mal, vielleicht kann ich mich ja auch vor dich schieben. Überraschenderweise. Wir werden sehen, da würde ich sagen, fahren wir noch ein paar Minuten warm. Und dann geht es hier gleich los. Ich bin bereit. Und warm. Fängst du jetzt an mit dem Lead-Out? Nee, wir haben jetzt eine Einführungsrunde. Ah, okay. Du meinst ja gerade eben hier mit deinen zwei Schulterverletzungen. Da bist du eigentlich am meisten geschriftet, wenn es die Schulter dann wieder hergegeben hat. Hast du dann auch Sprint-Workouts tatsächlich auf dem Indoor-Trainer geübt? Einarmig. Einarmig? Ja, anders ging es nicht. Mein TRX habe ich mir auf die Höhe eingestellt und dann hängt mein Arm nur so drinnen. Und dann habe ich einarmige Sprints gefahren. Aber uns würdest du schon zweiarmig empfehlen, oder? Ja, also definitiv. Aber es ist doch gar nicht so einfach, sich hier im Peloton vorne zu halten. Kann man hier bei Zwift auch die Ellenbogen ausfahren? Geht es, oder? Es geht alles. Es passiert alles in deinem Kopf. Was fährst du am liebsten bei Zwift, wenn du unterwegs bist? Einfach freie Schnauze in der freien Welt oder wenn dann auch schon mit Zug auf dem Kessel? Sag mal, ich fahre keine Stunden mehr auf der Rolle. Aber wenn es halt mal regnet, dann sage ich mir, okay, jetzt fahre ich eine Stunde in einem Rennen. Und dann, ja, so wie man das halt sagt, man haut sich dann ein bisschen in die Schnauze und dann hat man ein gutes Gefühl. Also ich jedenfalls. Manchmal auch nicht, aber der Ehreiz ist auf jeden Fall noch da, dass man sich da mit anderen messen möchte. Du hast die Ostschule ja noch mitbekommen eigentlich. Was war denn dein längstes Aufmerrolle? Ja, fünf Stunden habe ich immer gemacht. Unfassbar. Aber auch ohne Handy, ohne Musik, nur mit dem Ghetto Blaster im Trainingsbaum? Nein, nein, nein. Das habe ich dann gemacht mit Zwift. Anders ist das nicht möglich. Wir hatten früher Rollen mit der Lichtmaschine und das war auf alle Fälle sehr, sehr laut und dann hast du den Koller danach gehabt. Aber ja, im Sprint sind die Rollen mittlerweile so gut, da habe ich früher mehrere zerstört. Aber jetzt ist das nicht mehr möglich, weil die Rollen mittlerweile so gut geworden sind, dass ich das nicht mehr hinschaffe. Ja, das ist gut. Also André Grabe-Qualitätstest, wenn es den Max-Sprint überlebt, dann ist abgesegnet. Probleme hatte ich zu Glück nie. Ich habe mir allerdings gerade sehr aufmerksam hier die Flamme Rouge schon mal angeguckt auf der Strecke. Ich muss jetzt erst mal zusehen, dass ich die Lücke wieder schließe, sonst bin ich gleich direkt abgehangen aus der ersten Gruppe. Ich fahre wieder ran. Was ist denn dein Puls, Richie? Nichts mit Pulsmesser. Verrate ich dir nicht. Aus dem Alter bin ich raus. Das sagen alle junge Fahrer. Aber das erzählt die Wahrheit, wie du dich fühlst. Na ja, dann will ich den Zuschauern mal verraten, dass du gerade Puls 106 hast bei 240 Watt. Ich glaube, damit stehe ich auch morgens. Aber ich muss sagen jetzt so, ich bin bisher fast nur Rennen gefahren, wenige Gruppenworkouts. So nach der Arbeit mit so vielen Leuten dann zusammen. Kurze, intensive Session ist schon ganz geil. Du musst die ganze Zeit aufmerksam bleiben, dass du dich irgendwie im Feld bewegst und so. Wir machen uns bereit für den ersten Zwischensprint. Da vorne ist die Flamme Rouge. Wollen wir doch mal sehen. Also 600 vor Ziel fange ich den Sprint dann anzuziehen. Ja. Es wird schon ordentlich um die Hinterräder hier gefaltet. Ja, noch 200 Meter. Ich passiere mich mal hier in den Unterlenker. Hat sich das gehört. Es ist Winter, André. Die Beine tun weh. Nee, ich glaube du warst 30. Oh. Ich bin 64. Ja, knapp 200 Leute hier. Die sich hier an einem abendlichen Sprintworkout verfreuen. André, was ist denn deine Trittfrequenz, wenn du sprintest maximal? Ja, im Rennen hast du keine Wahl. Also da musst du halt mit. Aber hier auf der Rolle sag ich mal 95 bis 100. Ja. Weil die Rollen schon wirklich gute Bremsen haben und dich auch in der Trittfrequenz halten. Hast du mal die 2000 Watt geknackt auf der Rolle? Nee, auf der Rolle vielleicht 1500, aber die Bremsen sind wirklich so gut. Ja. Mehr kannst du nicht. Also mein Ziel ist es heute einmal 1000 Watt zu schaffen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin nicht so der Schnellste, habe ich schon gesagt. Und 1000, da freue ich mich schon. Ist das Laktat schon abgebaut? Ich hoffe, ja. Die Beinchen haben sich ein bisschen gedreht, also ich bin bereit für Sprint Nummer 2 gleich. Trinken nicht vergessen. So, wir sind wieder an der Flamme Rouge. Schweizer Ja. Ist dich verbessert? 23? Sehr gut. Also 10 Kilometer noch? 9,5. Sieht gut aus. Ich sag dir jetzt mal was ganz ehrlich. Ich bin seit bestimmt drei Jahren keinen Trainingsprint mehr gefahren und ich habe echt Laktat im Oberschenkel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube nicht, dass du keine Ortsschildsgesprinte bist. Ja doch, Ortsschild auf jeden Fall. Ich habe ja nur 50 Prozent deiner Kapazität zur Verfügung da. Ist ja total ein ungleiches zurück. Zweieinhalb für den nächsten Sprinter. Ich habe gerade einen sehr ungünstigen Moment abhängen lassen. Dann fahre ich den für dich. Okay, das ist ein Deal. Ich halte trotzdem mal mit rein. Soll ja auch wehtun hier. Fünfter André. Warste. Macht Spaß. Geht der Puls gleich hoch. Was hast du? Oh, 160. Schön. Aber es ist auch immer schön, wenn es wieder vorbei ist. Das ist absolut korrekt. Lebensweisheiten mit André Greife. Also mich wummt das echt ein bisschen, dass ich keine 1000 Watt auf der Rolle hinkriege. Das kann doch nicht wahr sein. Aber man munkelt ja, dass dein Cousin, der Max Wahlscheid, so die besten Sprintwerte fahren kann. Also ich war in Trainingseinheiten dabei, wo er zumindest im Antritt die zwei vorne auf dem ist. Marcel Kittel. Ja, wobei ich sagen würde, dass du da mit 85, 84 Kilo zu Rennzeiten, also Watt pro Kilogramm technisch, ich darf jetzt natürlich nicht die Gewichtsgeheimnisse meines Cousins ausklausern. Ich glaube, es gibt wenig Fahrer, die die Tour de France über 90 Kilogramm beendet haben. Ja, das stimmt. So, noch drei Kilometer. Und dann ist das Finale, ja? Dann kannst du duschen gehen. Noch mal zusammenreisen. Meine beste Position war 23. und deine fünfte, ne? Ja. Müssen wir jetzt noch mal. Ich glaube, das denken sich zwar alle anderen auch, aber bevor die Leute, nachdem wir von der Rolle absteigen, auch das Video abschalten. Zwei Ausgaben von der André Greifel Splint School sind auf jeden Fall noch. Wer also Lust auf Schmerzen und Beine nach einem Feierabend hat, er kann da gerne teilnehmen. Es wird auf alle gewartet nach dem Sprint. Und da kann man sich dann richtig austoben. So wie wir das jetzt auch gleich noch mal machen werden. Jetzt musst du ein gutes Hinterrad suchen. Schön innen in die Kurve reinstecken. Und dann Ellenbogen ausfahren, hoffen, dass keiner mehr schneller fährt, ja? So sieht's aus. Auch wenn die Straße breit ist. Noch mal Fünfter. Oh, ich war auch noch 28er. Aber hat wirklich Spaß gemacht. Kurz und knackig. Zeit ging gut rum. Ich bin wieder zurück im DCN-Kit. Also nicht das Ausfahren vergessen. Ja, ist ganz wichtig. Wie lange bist du dich immer locker auspedaliert? Cool down. Bis der Puls unten ist. nochmal ca. auf 90, 80 Schläge bei mir. Und dann ist gut. Ja. Nach Natur-Etappe auch immer ein bisschen auspedaliert. Ich war froh, der sich im Bus war. Wenn man jeden Tag Fahrrad fährt, dann habe ich mehr von Ruhe als von Rolle fahren. So, André und ich haben die Hände vom Lenker genommen. André, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Wie ist es dir gegangen? Ja, das tut weh. Definitiv. Aber das soll es ja auch. Es soll ein schöner Workout sein. Und es soll einen weiterbringen. Wie man sieht, hat es dich heute auch weitergebracht. Denn du hast ein bisschen Schweiß verloren. Stimmt. Da hat es sich schon gelohnt. Und wir haben es gerade eben schon gesagt. Noch zweimal ist das Ganze. Mittwoch, 8 Uhr. Kann man noch mitmachen. Ja, definitiv. Da gibt es keine Ausreden. Wer Lust hat, ich bin am Start. Ich nehme mir die Zeit und freue mich auf den nächsten Kurs. Da wird es wieder ein paar mehr Sprints geben. Aber ich hoffe, dass niemand das motiviert. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden unsere Ausfahrt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lass noch ein Abo und einen Daumen nach oben da. Da wird der André sich auch ganz besonders freuen. Und wir sagen Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschö.